Ja, moin, ich bin Heinrich Schulte-Brömmelkapp, ich bin ein Münsterländer-Original und wenn du von dir genauso denkst, dann gib doch du dem Münsterland dein Gesicht. Einfach Foto machen, hochladen im Internet auf www.münsterländer-originale.de oder auf de Facebook-Seite von de Potzbrauerei und 1000 Euros gewinnen. Oder drei Jahre lang, jede Woche, eine Kiste Potz-Landbier. In diesem Sinne, Prost! Das war jetzt zu schnell. Ja, dann würde ich sagen, einfach rein ins Geschäft, Kiste Potz-Landbier kaufen, weil alles, was ich jetzt erzählt habe, das steht auch hinten auf de Flaschen drauf. In diesem Sinne, Prost! Münsterländer-Originale sind wir, wir haben Potz, das Bier von hier. Münsterländer-Originale muss her, komm, schenk ein, das Glas ist leer.